hallo und willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily shop news und irgendwie hat die kamera keinen von uns mehr mit drin jetzt bin ich beide mit dem herrn sofort neben mir und mit mir immer gleich so wir gehen jetzt direkt in den item shop rein dann haben wir zwei neue skins einmal den kunja ein manga style in hier mit diesem backpack zwillings karmas das mega nice aussieht ist richtig geil aus von mir kriegt der kunja acht von zehn acht von zehn neun von zehn sogar der kunja was haben wir denn da aktuell für noten 4,75 von 5 bei 4 und schon jetzt 50 wie meine sowohl das ding erst seit einer stunde draußen ist das verdammt stark sondern aber den kenji auch manga style mäßig ziemlich cool kriegt von mir 7 von zehn erkennen die sechs von zehn sechs von zehn sogar nur okay ja der backpack bei dem anderen ist mega geil sommer 4,33 von 5 bei drei wo 17 reminder so dann aber den schnellschlag ich finde diese picke ziemlich nice muss ich sagen ich bin so cool kriegt von mir 8 von 10 quick strike und das ist das hier 4,5 von 5 bei zwei woes und drei reminders ja dann sind wir schon bei den daily items angelangt hier haben wir die gaunerin passend zum getaway sage ich mal kriegt von mir sechs von zehn das ist hier raps galleon und raps galleon mit 4,81 von 5 bei zwei woes und zwei woes und wir meinen dass das ding ist ja mega haben wir liebt hier so am zauber macht finde ich auch ziemlich geil kriegt von mir ebenfalls zehn von zehn müssen wir mal eben nutzen kurz so zehn von zehn hier für die zauber macht für den spell slinger vier von fünf bei 17 votes für 800 wie bugs so dann haben wir auch noch auf 800 wie bugs den garnison und sie müssen aus dem panzer granny wie ich finde ich aber gar nicht so schlecht aus geht von mir sechs von zehn der garnison was gibst du dem so hier haben wir 4,37 von 5 bei 15 woes 33 gemein dass der panzer kann dann haben wir diese magischen schwingen was gibst du denn vor mir kriegen die acht von zehn so hier haben wir 4,35 von 5 bei 26 woes 54 gemein das so haben wir den hier kommt ziemlich chillt das ding ich habe den geschätzte 100 mal gesehen da geht ziemlich lange was gibst du dir 8 von 10 ich gebe dem ich gebe dem auch 8 von 10 hier haben wir aktuell na komm schon so 4,6 2 von 5 bei 13 woes 1 8 gemein das so und dann den schau den sit-up den hast du dir sogar geholt für 200 wie bugs 9 von 10 9 von 10 von mir geht auch wieder 8 von 10 da haben wir hier 3,46 von 5 bei 13 woes da komme ich mir damit schon geärgert habe 10 von 10 ok also wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet sich immer wieder ein wenn es wieder heißt fortnight daily shop news mit mir dem herrn gleich und dem herrn sofort nebendran macht's gut bis dann und tschüss ich freue mich auf euch 1 5 3 4 5 6 8 Untertitelung des ZDF, 2020